Guten Abend miteinander. Heute haben wir einen Skispezialisten zu uns ins Studio eingeladen. Guten Abend, Herr Denott. Guten Abend. Guten Abend, Herr Denott. Wie ist das, wenn man ein paar neue Skis einkauft? Auf was muss man denn besonders schauen? Qualität und gute Fahreigenschaften sind das Wichtigste. Darum haben wir bei Coop ein preisgünstiges Skiprogramm mit Langlauf- und Abfahrtsski. Und zwar mit den bekanntesten Qualitätsmarken wie Rossignol, Fischer und Kneissl. Aber wie findet man nun das passende Skimodell? Da entscheiden zu können um die Fahrweise von jedem Einzelnen. Coop hat für jedes Bedürfnis den richtigen Ski mit den gewünschten Fahreigenschaften. Wir unterscheiden es in drei Gruppen. Kompakt, Miet und Competition. Das sind Miet-Ski. Auch da haben wir die bekanntesten Marken zu günstigen Preisen. Die Miet-Ski haben die guten Eigenschaften vom Kompakt- und vom eher sportlichen Competition-Ski-Typ in sich vereinigt. Sie sind geeignet für geübte Skifahrer. Also die mit der breiten Schufel, das sind Kompakt-Ski? Jawohl, die sind ideal für Anfänger und Fortgeschrittene. Sie lassen sich leicht drehen und auch bei zurückhaltender Fahrweise leicht und sicher führen. Der Kneisel Kompakt-Ski ist zusammen mit dieser BF-uprüften Tirolia-Bindung bei Coop besonders günstig. Und bei einer Tirolia-Bindung ist das Ein- und Aussteigen sogar im Tiefschnee einfach und komfortabel. Wir sehen es hier gerade im Bild. Normale einsteigen, weiche einsteigen, zumachen und auftun mit dem Ski, zumachen und auftun mit dem Schuh, mit der Hand oder mit dem Stock. Sie sehen, Tirolien ist ganz einfach zu bedienen. Danke, Herr Denot. Bei Coop finden Sie jetzt die preisgünstigen Markenski und Bindungen. Aber auch originelle Skibekleidung für Gross und Klein und die passenden Skischuhe in einer grossen Auswahl von den bekanntesten Qualitätsmarken wie Reichle, Haierling und Nordica. Einfach alles, was Sie für den Wintersport nötig haben, finden Sie jetzt in allen grossen Coop-Centern und Coop-Warenhäusern. So, das wäre es wieder mal gewesen. Auf Wiedersehen. Am nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop. 10 Sorten Matchi-Delikatess-Suppe nach Walderbeutel für nur 55 Kratzen. 5 Matchi-Würfel statt 2,40 Kratzen nur im Franken 95 Kratzen. Ein Doppelbecher-Tam-Tam-Flan für nur 70 Kratzen. 500 Gramm Excelento-Bohnenkaffee statt 6,70 Kratzen nur 5,80 Kratzen. Und 250 Gramm statt 3,60 Kratzen nur 3,10 Kratzen. 225 Gramm Espresso statt 2,90 Kratzen nur 2,40 Kratzen. Und ein Kilogramm ausländische Boulet, tiefgekühlt, Pfannenfertig für nur 3,60 Kratzen. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag. 1 Liter Sonnenblumenöl Sonina statt 3,75 Kratzen für nur 2,90 Kratzen. Und 2 Liter Orangensaft Happy Day statt 2,40 Kratzen nur 1,70 Kratzen. Und als aktueller Preisschlager die Licht- und Dekorationskerzen 10 Stück für nur 2,90 Kratzen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.